Wir haben vorher, vorher hat der Techniker zu uns gesagt, der Herr Glöckler, könnt ihr dem dann nochmal sagen, dass er sich nicht bewegen darf, weil sonst machen die ganzen Ringe Geräusche. Ja, sagen kann er schon, nur werde ich es nicht machen, ich werde mich trotzdem bewegen. Ich meine, das gehört ja dazu, ich meine, das ist ja. Ja, natürlich. Und Klappern gehört zum Handwerk. Das sagen Sie der Klapperschlange mal, sie soll sich nicht bewegen, ja. Dann weiß die gleich. Entschuldigung, das muss ja wirklich schwierig sein bei der Flughafenkontrolle, mit dem Schmuck möchte ich nicht hinter Ihnen in der Reihe stehen. Sie würden da wahrscheinlich auch nie hinter mir in der Reihe stehen. Warum? Weil ich Business Class fliege und Sie Economy, oder warum? Ganz genau, denn ich gehöre zum arbeitenden Volk und wir stellen uns schön an in der Reihe und da haben wir kein Problem mit. Und ich komme von ganz unten und finde es gar nicht schlimm, wenn man die Economy fliegt. Ja, wenn man morgens... Ja, na, völlig richtig. Ja, nein, nein, danke.